Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes leben in der Bundesrepublik rund 1,6 Millionen Flüchtlinge. Davon sind 49.250 türkische Staatsbürger. Als Schutzsuchende gelten Ausländer, die sich unter Berufung auf humanitäre Gründe in Deutschland aufhalten. Dazu zählen Personen, die sich im Asylverfahren befinden, anekannte Flüchtlinge nach der Genfer Konvention, subsidiär Schutzberechtigte sowie abgelehnte Asylbewerber, die sich aber noch hier aufhalten.